Friede, Freiheit, Souveränität! Souveränität, ist es zu spät? Nein, ist es nicht, und wir kennen den Weg. Gerade als weder links nach rechts, wir sind immer noch Menschen und wir sind echt. Es ist Zeit, die Pandemie ist vorbei, und das schon, bevor sie angefangen hat. Jetzt fängt es an, wir machen jetzt krach. Das Grundgesetz ist immer mal gültig, endgültig machen wir das Entgebracht. Ich mache es ein, steht ein, wir sind hier, und wir gehen nicht nach Hause, Hashtun. Galleroppa auf Demos, Hashtun. Ich gebe dir ein Emblem an, aber nicht dafür, dass du uns hier wegträgst. Das macht uns krank, ich verliere den Verstand, die Scheiße ist unwahr. Und ich weiß, wir sind da, und wir bleiben hier, wir bleiben hier, wir bleiben hier. Wir bleiben hier, 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 wir bleiben hier. Ganz, ganz, langsam, ganz gemäßlich durchmischen. Was heißt denn das? Ja, das ist nicht schön. Alle, die Krach machen, sind so raus, so allmählich durchmischen, da ist es nicht anders, als dass sie das Ding jetzt auch lösen wollen. Und wahrscheinlich ziehen sie welche raus und machen den Leuten Angst. Ich will gehen. Ja, ja, ich auch. Ich komm mit. Ich komm mit. Ich komm mit. Ich komm mit.